Heute zeige ich mal in Premiere, wie man einen Text animiert. Zuallererst ziehe ich mir mal einen Text auf. Hier links, Textwerkzeug. Ziehe mir einen Text auf, schreibe Text. Dann gehe ich hier auf Grafiks und ändere die Schriftart und die Größe des Textes. Und jetzt kann ich hier oben noch meinen Text ausrichten. Ich richte ihn vertikal aus und horizontal. Jetzt ist der Text in der Mitte. Ich muss auch noch aufpassen, dass hier das Feld bündig ist. Und wenn ich jetzt den Text nochmal ausrichte, vertikal, horizontal, ist der Text in der Mitte. Dann als nächstes will ich den Text animieren von unten nach oben. Das Problem ist jetzt allerdings, ich kann den Text nicht hier links bei der Effekteinstellungen nicht mit der normalen Position animieren. Das würde nachher nicht funktionieren. Und daher gehe ich hier rechts auf Effekte, falls ihr das Effektefenster nicht offen habt. Einfach hier oben links Fenster und Effekte markieren. Und ich hole mir jetzt den Effekt Transformieren. Und diesen Effekt Transformieren ziehe ich dann auf meinen Text. Und jetzt wollen wir nur unseren Text in diesem Transformieren-Effekt animieren. Sprich, hier oben die Vektorbewegung können wir einklappen. Das brauchen wir nicht. Und am besten ist es jetzt beim Animieren, dass wir vom Endpunkt starten, dort einen Keyframe setzen und dann erst die Bewegung hinzufügen. Sprich, ich gehe jetzt mit meiner Timeline eine Sekunde nach vorne. Hier könnt ihr auch die Zeit sehen. Und jetzt setze ich bei Position einen Keyframe. Und um meinen Text zu animieren, schiebe ich die Timeline ganz nach links und wähle den Y-Wert aus, da wir den Text vertikal animieren wollen und gehe mit dem Wert nach unten. Wenn ich die Animation jetzt abspiele, haben wir bereits unsere Animation. Und jetzt brauchen wir einen zweiten Effekt. Und der Effekt heißt Zuschneiden. Ist hier auch schon beim Transformieren-Tab offen. Ich wähle also den Effekt Zuschneiden und schiebe ihn auf meinen Text. Jetzt erscheint hier oben dieser Effekt. Da könnt ihr entweder euren Text hier zuschneiden, bei diesen Reglern oder wie ich das mache. Ich klicke auf Zuschneiden und dann erscheinen hier diese blauen Punkte. Und diese blauen Punkte kann ich dann verschieben. Und wenn ich die Animation jetzt abspiele, dann sehen wir, erscheint unser Text nur in unserem zugeschnittenen Bereich. Als nächstes wollen wir die Animation noch ein bisschen natürlicher machen, da die Animation sehr linear ist. Und dazu öffne ich hier links bei Position diese Ebene. Und jetzt markiere ich den ersten Keyframe, klicke die rechte Maustaste, zeitliche Interpolation und gehe auf langsam ausschwenken. Jetzt sehen wir, dass sich dieser Graph bereits verändert. Jetzt wähle ich den zweiten Keyframe, rechte Maustaste und langsam einschwenken. Jetzt sehen wir ein Graph. Wenn ich die Animation jetzt abspiele, haben wir diese Animation bereits viel besser als die erste Animation. Aber um die Animation noch besser zu machen, gehe ich jetzt hier auf diesen blauen Strich und schiebe ihn in die Mitte. Und das gleiche mache ich auf der linken Seite, ziehe den Strich und schiebe ihn in die Mitte. Und jetzt haben wir eine Spitze. Und wenn ich die Animation jetzt abspiele, ein bisschen zu schnell. Ich gehe mit den Strichen ein wenig nach außen. So, wenn ich die Animation jetzt abspiele, haben wir eine natürliche Textanimation. Wenn ihr jetzt noch Bewegungsunschärfe reinbringen wollt, geht ihr hier unten auf Verschlusswinkel und da gebe ich jetzt mal 180 ein. Jetzt sehen wir auch schon, wenn ich die Timeline verschiebe, hier ist jetzt eine Bewegungsunschärfe. Ich kann jetzt auch hier zum Beispiel 360 eingeben, wäre die Bewegungsunschärfe noch stärker, aber ich belasse es mal bei 180. Und jetzt haben wir unseren Text animiert. Wenn ihr jetzt das Ende vom Text noch animieren wollt, könnt ihr auch einfach euren Keyframe markieren. Hier den zweiten Keyframe, strgc plus strgv und dasselbe machen mit dem ersten Keyframe. Keyframe markieren, strgc und strgv. Jetzt sehen wir, haben wir unseren Text auch animiert. Das Problem ist jetzt hier, dieser Graph ist nicht perfekt und daher könnt ihr einfach eure Keyframes markieren und euren Graph anpassen. Falls die Ansicht euch zu klein ist und ihr den Graph nicht wirklich sieht, könnt ihr auch hier unten in den Graph reinzoomen. So, und ich lasse es jetzt aber mal so. Und wenn ich die Animation jetzt abspiele, dann sehen wir unsere Animation. Ihr könnt auch die Keyframes nachträglich verändern. Sprich, wenn ich jetzt hier beim ersten Keyframe Keyframe nicht von unten nach oben gehen will, sondern von oben nach unten, dann gehe ich einfach auf meinen Transformieren Tab und schiebe mir meinen Text nach oben. Wenn ich die Animation jetzt abspiele, kommt der Text von oben und gehe dann wieder nach unten weg. Das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss. Zusehen und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020